Ab dem 18. Mai dürfen Restaurants in Stetswick-Holstein wieder öffnen. Auf diese Nachricht haben auch in Husum viele Gastronomen gewartet. Sie sehen das. Mir geht es schon fast mit dem Wälzer. Das ist überwältigend, dass wir eigentlich wieder aufmachen dürfen. Ich freue mich unheimlich, auch für unsere Mitarbeiter. Und jetzt werden wir schauen, was kommt, welche Vorgaben wir haben. Ich freue mich riesig, weil die Zeit war lang jetzt zu Hause. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Urlaub gehabt. Die ganzen Angestellten freuen sich auch, die fragen schon. Das Geld ist knapp, logischerweise. Die Kurzarbeit, das kennen die Leute natürlich auch nicht. Das Trinkgeld fehlt, es fehlt alles zurzeit. Also wir sind sehr aufgeregt, dass es jetzt wieder losgeht. Das war jetzt eine lange Durststrecke, die wir jetzt erlebt haben, die letzten sieben Wochen. Und das ist für die Gastronomen und die Hotelbranche, gerade hier in Husum und der Umgebung, eine extrem schwierige Situation. Wie schwierig, das zeigt sich ein paar Meter weiter am Außenhafen. Denn schon jetzt ist klar, für mindestens ein Restaurant kommen die geplanten Lockerungen zu spät. Das Blinkführer hat die Corona-Krise nicht überlebt. Das haben die Betreiber auf Facebook bekannt gegeben. Und es könnte noch mehr treffen. Die Krise hat richtig reingehauen. Und auch nochmal, wir werden erst ganz genau sehen, denke ich, im Frühjahr, nächsten Jahr, was für Konsequenzen daraus entstanden sind. Vorher ist das noch verfrüht. Wir werden sicherlich im Herbst schon einiges wissen. Aber dann kommt der Winter, dann kommt die saure Gurkenzeit. Und dann werden wir genau wissen, was hat es gebracht. Im Alex Kitchen ist man trotzdem optimistisch. Zur Wiedereröffnung werden gerade die Wände im Restaurant von einem Künstler neu gestaltet. Wie viele andere Gastronomen auch, zählt Inhaber Alex Müller jetzt vor allem auf seine Husumer Stammkunden. Ja, total. Also hundertprozentig. Die haben uns auch viele begleitet, was auch ganz toll war jetzt in der Phase der Schließung. Ich glaube, dass viele auch Sehnsucht haben nach unserem Essen. Genau. Und wir fangen jetzt an in der nächsten Woche, also am 11. fangen wir an und machen so ein bisschen Abholung, um auch selber wieder so ein bisschen warm zu werden und uns wieder einzuspielen. Und dann können wir am 18. öffnen mit den dann geltenden Regelungen.